Immer hat das mit euch was bedeutet und du hast nichts besseres zu tun, als es Amirou weiter zu quatschen. Er hat's so getan, als wäre alles easy. Ja, was soll er sonst sagen? Du bist in einer Beziehung, Mann. Moe ist in dir verknallt, Mann. Moe ist nicht verknallt. Wir hatten ein paar Vibes zwischen uns, aber... Ah, ja. Luis, glaubst du echt, da geht's um Miros Dad? Vielleicht hast du doch ein Rüsten, dass ihre Hunde auf dir herringt schlafen möchte. Ich krieg dir nicht aus meinem Kopf. Moe? Ich muss ständig an den Händen. Was wir miteinander hatten. Dich hat's erwischt. Ja, ja, du bist verknallt. Ja, ja, cause I'm bored. Oh, ah, 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 ah. Das always happened to me. Why can't we just play for keys? Und du bist verquert. Nein! Und warum macht es dann einen Unterschied, ob Morf dich steht oder nicht? Ich hab's dir gesagt, dass mit ihm, was, dass du dich mit Amas Christus mit ihm nutzt als, dass du ihn verknallt musst. Quatsch! Dass ich dauernd in den Legen muss. Ach so! Und klar, das ist ja was ganz anderes. Du kannst dich davon geschaffen. Beschleidst du das nicht? Es ist zwischen uns, Ruiz, das... Das ist echt. Egal, wie krass du dich bescheißt. Alles damit. Du hast deiner Frau gerade klargemacht, dass du auf Morf stehst. Und zwar so richtig! Die quapdata McFarland 3 4 1 6 8 Vielen Dank.